Scheiße. Da drüben, siehst du's? Mann, wir sind fast draußen. Okay, Joel, du gehst vor. Ich pass hinten auf. Ellie, egal was passiert, du bleibst bei ihm. Pass gut auf. Klar. Joel! Und damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu The Last of Us Part 1. Schön, dass ihr wieder eingestellt habt. Wir sind wieder am Start. Gleiche Position, in der wir im letzten Part aufgehört haben. Und im letzten Part haben wir auch schon die Bekanntschaft gemacht mit dem ersten Clicker, mehr oder weniger. War ja ein... Eine Cutscene, mehr oder weniger. Okay, ist abgeschlossen. Jetzt können wir ein Messer verwenden. Mach mal. Das ist cool. Also doch die Messer nicht immer für den Hill benutzen. Gut zu wissen. Oh, vor die Vorratskammer hier, oder was? Nice. Nimm mal her damit. Für alles haben. Noch mehr. Gib mir das. Gib es mir. Okay, ich glaube das alleine hat sich schon gelohnt, oder? Ist hier noch mehr? Leider nein. Pauschen. Ja, ich hätte gerne eine Flasche. Macht schön klirr. Okay, ja das... Der Raum hat sich ja gelohnt. Cool. Hatte ich im letzten Part ja nicht aufgemacht. Gut, na dann gehen wir weiter. Denn ich denke, im letzten Part haben wir ja... Also ich... Das denke ich nicht. Im letzten Part haben wir ja noch die Viecher gehört. Und ich glaube, Tess wird es jetzt erwischen. Wenn sie jetzt alleine da hoch geht. Mal sehen, ob es da weiter geht. Ich glaube nicht, dass Tess lange überlebt. Schließlich geht das Spiel ja um Joel und Ellie. Komm schon, Ellie. Wohl kleine, du bist dran. Los, komm. Ich auch bitte. Los, komm. Los. Los. Los, sind wir alle gehören? Elf! Los! 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 Alles klar, Tess hat uns gerade gezeigt, wie wir sie ablenken können. Das ist ja schon fast zu einfach, das ist ja wirklich schon fast zu einfach. Ruhig dich. Wo müssen wir denn lang? Wo sind die anderen beiden hin? Oh Gott, da oben. Die sich einfach schon verpieselt. Ich glaube, das war's. Ellie, alles klar? Bis auf die volle Hose. Alles klar. Dann los. Die Treppe ist dicht. Gehen wir wieder hoch? Ellie hat Kippie in die Hose gemacht. Oh je. Au. Das ist vielleicht ein bisschen sehr laut gewesen. Kann ich jetzt noch zurückziehen? Oh, schade. Was? Machst du Witze? Na. 20 Jahre alte Plattformen, die Bilder und Bomben ausgesetzt. Was? 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 Go, 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 go. Ich will hier auch runter. Was? Was? Alles okay. Wir müssen da durch. Hm, die nächste Leiche. Ne, wir haben schon so'n Schlägel. Schläger. Brett. Knippel. Wie auch immer. Uh. Was ist das? Revolver. Revolver, neue Waffe. Du kannst eine Waffe pro Holster ausrüsten. Zusätzliche Waffen werden im Rucksack aufbewahrt. Stuhle auswählen. Weite vorgedrückt, um den Rucksack zu öffnen. Ach, die ganze Zeit gedrückt halten. Und jetzt? Und... Ich will den Revolver aus. Okay. Tutorial freigestellt. Und jetzt haben wir einen Revolver. Der ist jetzt stärker, oder was? Okay, cool. Warum geht der nicht weiter? Pfff. Uuuuuh. Okay. Was stöhnt ihr denn da oben so rum? Wer ist er denn? Der ist glaube ich infiziert, ja. Alles klar. Oh, der hat Revolver Munition. Danke. Wo ist der Nächste? Ich will wissen, wo der Klicker gerade hingelaufen ist. Aber wenn ich den abknalle, dann locken wir wieder die anderen alle an. Das will ich jetzt auch nicht. Oh Gott, da ist der nächste Klicker. Äh... Wie viel sind denn hier bitte? Äh... Äh... Wie viel sind denn hier bitte? Boah, die haben alle Munition dabei, oder was? Geil. Ich versuche mich mal so an dem vorbeizuschleichen. Ich glaube, da muss ich jetzt auch noch drauf aufpassen. Können wir den irgendwie greifen? Ah, wir brauchen ein Messer. Okay. Wir können glaube ich... Mach weg! Nein! Zurück! Ich glaube, wir können ein Messer herstellen, ne? Dann kriegen wir den nämlich weg. Ich mach auch gleich noch eins. Und dann versuchen wir den mal wegzumachen. Dass es aber auch gleich immer kaputt geht. Wenn da nicht weg. Wenn da nicht weg. Ne, brauchen wir nicht. Okay. Gut, das ist der Anfang. Aber wir kommen gerade sehr gut durch. Ich... Da war doch der Klicker drin, oder? Oder? Warum hat die jetzt Revolver-Munition dabei gehabt? Ach so, die haben jetzt die ganze Zeit gewartet, bis wir hier alles weggemacht haben. Okay. Beiklinge. Naja, noch nicht ganz. Ich möchte erstmal noch wissen, ob hier noch irgendwas zu looten ist. Flasche haben wir schon. Hier sind wir runter gesprungen. Okay. Nur dann haben wir schon alles. Ist hier noch irgendwo lang? Nein. Ne Map wär geil. Ihr wisst doch, ich bin, was Orientierung angeht, nicht wirklich der Beste. Aber bis jetzt ist schon geil. Okay. Bockt auf jeden Fall das Game. Okay. Revolver-Munition ist voll. Könnt ruhig mal helfen. Echt jetzt? Echt jetzt? Wirst du das doch einfach daneben stellen können. Echt? Muss ich jetzt nicht verstehen. Klebeband. Gib's mir. Ah. Ah. Ist aber nett von ihr. Teddy. Hi. Weiter. Na toll. Tja. Der Stuhl. Hier können wir durch. Vorsichtig. Echt. Boah. Boah. Halt. Halt. Beunta. Ich denke, wenn wir zurück sind, lassen wir es erst mal ruhiger angehen. Du willst es ruhiger angehen. Hey, du sagtest doch immer, wir sollen uns bedeckt halten. Und du ignorierst mich dann. Tja, nicht dieses Mal. Ich glaube das erst, wenn ich es sehe. Ist schon sehr atmosphärisch hier gerade. Die ganzen Geräusche auch. Kommt mir fast vor wie bei Dead Space. Nur in einem anderen Setting. Hoch oder runter? Ah, da drüben ist noch was. Nice. Ah, Skillpunkte. Cool. Du hast 20 Zusätze. Drücke Tab um Verbesserung, ja. Aber für 20, ja, wir könnten den Lauschmodus Distanz könnten wir erholen. Äh, erhöhen. Ich weiß ja nicht, was wir da wirklich brauchen. Schwanken der Waffe ist vielleicht auch nicht verkehrt. Messermeister. Ich finde ein Messer, um dich aus einem Clickerangriff zu befreien. Vielleicht auch nicht so verkehrt. Hier machen wir die doppelte Lauschdistanz. Lauschmodus Distanz. Fertigungszeit. Heilgeschwindigkeit. Schwankende Waffe. Ich glaube, schwankende Waffe werde ich als erstes anpeilen. Hier lang. Dass es auch eine maximale Grenze gibt, was wir da alles haben können. Also was wir tragen können. Was war das? Achso. Hier drüben. Komm ja schon. Oh, oh. Molotov setzt seinen Bereich in Brand. Haltet den Ziel gedrückt und drücke, um in hohen Bogen zu werfen. Geil. Hat der nicht jetzt auch eine Münze bei? Guckt nicht so aus. So, Molotov können wir jetzt herstellen. Passt das gleiche wie Matkit. Machen wir einfach mal eins. So, und wie husten wir den jetzt aus? Oh Gott. Okay. Gibt's hier noch was? Ein Snackautomat. Eine Cola hätte ich jetzt gern. Da drüben, siehst du's? Mann, wir sind fast draußen. Okay, Joel, du gehst vor. Ich pass hinten auf. Ellie, egal was passiert, du bleibst bei ihm. Pass gut auf. Klar. Mach ich. Macher ist schon mal geil. Oh nein. Oh nein. Ich wurde eigentlich noch mal zurück. Ich glaube, ich habe da nämlich noch ein paar Sachen übersehen. Toll. Shit. Zwei Klicker. Jetzt sind ein paar mehr Klicker. Über die Abfackeln. Okay. 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 Ich habe das halt mal so gelöst. Ah, die haben auch nichts getroppt. Schade. Ah, die Munition war ja sowieso voll, also von daher. Gut. Dann sind wir aber leider hier schon wieder langsam am Ende. Ich werde jetzt hier nochmal am Schneider Schlauch ein bisschen durchgucken, ob wir irgendwas finden. Und wenn wir nur einen verbrannt, oder überhaupt überhaupt jemanden verbrannt mit dem Molotow gerade. Das brauchen wir nicht. Wie konnte man denn eigentlich? Nahkampfangriff. Wie war denn das? Mit E war? Nee. F. Warte. Einfach nur F drücken. Okay. Wollte ich vielleicht auch irgendwann mal benutzen. Pistole Munition. Yay. Und? Derek von der Buchhaltung lässt uns seinen Safe benutzen. Legt mein Zeug rein, wenn heute Abend geschlossen wird. Okay, cool. Weil zwar einen Safe finden sollten. Gut, meine lieben Freunde. Dann sage ich jetzt aber wirklich erstmal an dieser Stelle. Recht herzlichsten Dank. Fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderhübschen Tag. Und wenn ihr denn wollt, sehen wir uns im nächsten Part von The Last of Us oder einem anderen Video wieder. Vielen Dank. Haut da rein. Ich wünsche euch noch ein paar Minuten. 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 Untertitelung des ZDF, 2020